Ihr seid hier, weil ihr vom Backen träumt, aber keine Ahnung habt, wie das geht. Wir haben zwei fantastische Coaches engagiert, die euch alles beibringen werden. Und euch für jede Challenge fit machen. Du kannst deine Form nachzeichnen, falls du einen Stift hast. Du machst gerade was sehr Wichtiges. Du legst die Form mit Backpapier aus. Fertig. So stapelt und beschichtet mal eine Torte. Oh nein. Noch 30 Sekunden. Fingers. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Das ist nicht wahr.